Hey Freunde, es ist wieder Philipp von abmischenlernen.de und heute geht es um das Thema, wie man mehrere Stimmen zu einer Einheit macht, beziehungsweise das mit Editing erreicht, wie man Vocal Editing sozusagen macht. Bevor ich euch zeige, wie das funktioniert, würde ich mich extrem freuen, wenn ihr den Kanal abonniert für mehr Mixing, Mastering und Aufnahmetipps. Und ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen, dort einfach abmischenlernen zusammengeschrieben eingeben und dann findet ihr mich auch schon. Aber jetzt zum eigentlichen Thema, nämlich wie editiere ich Stimmen? Das ist das eigentlich trockene Thema sozusagen, aber es ist extrem wichtig, gerade wenn ihr mehrere Stimmen habt und die vernünftig mischen wollt, dann muss die Basis stimmen und die Basis ist quasi die Aufnahme an sich. Und wenn die nicht passt, also die Doppelungen dort nicht passen, dann müssen wir nachhelfen und zwar mit dem sogenannten Vocal Editing. Ich zeige euch jetzt mal das Material und da könnt ihr mal darauf achten, dass es nicht wie eine Einheit klingt, dass manchmal kleine Verzögerungen zu hören sind und hört einfach mal rein. Der Song ist von Tamouflage und wir hören uns das Ganze jetzt an. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist auf Standby geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht mal... Also er rappt schon relativ tight, sage ich mal, was das angeht, aber bei Standby, ja, da hört man das zum Beispiel... Meine Gedanken überschlagen... Und bei überschlagen hat man das auch das Gefühl, dass da irgendwie eine Spur nochmal, ja, sich quasi überschlägt oder zumindest nicht so ganz reinpasst. Meine Gedanken überschlagen sich, mein Kopf ist auf Standby geschlafen, hab ich schon seit Tagen nicht mal... Genau, so und dafür zoomen wir mal ein bisschen rein. Ich mache auch erstmal hier die dritte Spur. Wir haben hier drei Spuren, also wir haben hier einmal die Main-Spur, einmal die erste Doppelung sozusagen, die dann am Ende auf links sein wird und die zweite Doppelung, die dann auf rechts sein wird. Und ja, genau, also das sind unsere Spuren, die wir haben und die wollen wir jetzt so anpassen, dass es quasi wie eine Einheit klingt, beziehungsweise wie eine Spur sozusagen, also dass sie wirklich vom Timing her korrekt sitzen. Und da muss man dann quasi einmal komplett reinzoomen und dann können wir das Material mal durchgehen. Und hier sieht man, wenn man das jetzt so ansetzt, das sieht alles gut aus hier, die Hügel, klar, so eine leichte Verzerrung oder vom Timing her verspätetes Einsetzen ist immer noch tolerierbar, ja. Also wenn man so ein bisschen rausgeht, ja, das könnte man jetzt natürlich alles schon mitnehmen, wenn es einen wirklich stört, aber wir schauen mal, ob wir hier noch größere Abweichungen finden. Vor allem ist es immer wichtig, wenn man längerfristig Veränderungen dort sieht, beziehungsweise Verzögerungen sieht, dann wird es meist relativ problematisch. Und hier sieht man schon, hier ist ein ganz anderer Hügel, hier ist der Höhepunkt schon erreicht und hier kommt der erst. Also das ist dann wirklich deutlich zu spät hier genauso. Und da würde ich auch einfach mal anfangen. Wir müssen mal hören, was das ist. Ja, über. Da würde ich tatsächlich hier schon reingehen in das Material. Weil bei diesem Über, das geht immer noch, ja, dass man das quasi so ein bisschen nach vorne zieht. Aber hier gerade, wenn hier der Anschlag kommt, überschlagen, da muss das sitzen. Und da hören wir auch, dass das wirklich keine Einheit ist. Und wir gehen mal durch, wie lange das hier keine Einheit ist. Das ist wahrscheinlich der ganze Satz sozusagen. Also hier sieht man es auch noch. Höhepunkt ist definitiv deutlich versetzt. Ja, hier auch ganz stark zu sehen. Und das ist natürlich dann so, dass man das extrem stark raus hört und nicht als Einheit sozusagen wahrnimmt. Hier wird es dann wieder besser. Deswegen würde ich hier mal den Cut setzen an der Stelle. Und wird das dann alles anhand dessen, jetzt haben wir natürlich hier einen sehr, sehr langen Abschnitt. Da müssen wir mal gucken, ob das gleich schon so passt. Oder ob wir da nochmal mehrere einzelne Schnitte setzen müssen. Aber wie gesagt, diese ganze Spur ist ja latent zu langsam. Und dann ziehen wir das mal vor. Dass wir hier, jetzt sieht man das auch schon, ja, oder hier. Jetzt sieht das ein bisschen besser aus. Und das kann man dann auch einfach mal vergleichen. Ja, hier könnte man vielleicht den noch ein bisschen vorziehen. Aber da muss man gleich mal hören. Beziehungsweise hier sehe ich auch schon, das kommt auch noch zu spät. Dann würde man hier jetzt quasi wieder reingehen, ja, und würde den Teil dann nochmal weiter vorziehen. Das hier sieht schon wieder ganz gut aus, wenn man sich das so anschaut. Wie gesagt, hier hatten wir die leichten Probleme. Deswegen würde ich hier nochmal reinschneiden und das alles so ein Stück nach vorne ziehen. Muss man immer ein bisschen aufpassen, ob es dann noch natürlich klingt, ja. Aber wie gesagt, diese Spuren werden in der Regel ja auch leiser gemacht. Deswegen, im Mix wird das dann schon zu einer Einheit, ja, verschmelzen. So, jetzt hören wir nochmal rein. Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Beigeschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht mein... Ja, und jetzt klingt das schon deutlich besser. Wir vergleichen das nochmal. Ich mach das mal alles rückgängig. Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Beigeschlafen. Hab ich schon seit Tagen... Ja, vor allem dieses Stand-by, ne, das hört man. So. Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Beigeschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht mein... Ich denke, der Unterschied wird schon mal deutlich. Also, das wäre Spur Nummer 1. Und das müssten wir jetzt genauso machen mit der nächsten Spur. Ich zeige das mal aus Demonstrationszwecken. Dafür mache ich nämlich diese Doppelung wieder aus. Damit ich mich ein bisschen besser konzentrieren kann. Übrigens, bei diesem Überschlagen, das hört man ja auch, dass das immer noch nicht ganz so wie eine Einheit klingt. Liegt aber auch daran, dass er das ein bisschen anders betont. Das ist dann immer schwierig zu editieren. Da könnte man dann eventuell irgendwas noch mit Melodien rumspielen oder so. Aber ist nicht unbedingt zwingend notwendig. Vorrangig ist wichtig, dass das Timing erstmal stimmt. Das ist Punkt Nummer 1. So. Jetzt an dieser Stelle, wenn ich die nächste Spur bearbeite, lasse ich auch wieder nur die Hauptspur an. Und die zu editierende Spur. Weil sonst lenkt einen das dann doch relativ stark ab. Und auch hier gehen wir wieder so vor. Wir zoomen rein. Gucken einfach, wo sind hier die Punkte. Ja, hier sieht man auch schon wieder, das beginnt schon zu spät an der Stelle. Also die Spur müssen wir gleich mal von Anfang an korrigieren. Schieben wir vor. Ja, das ist alles so ein bisschen wie eine Einheit ist hier an der Stelle. Tick zurück vielleicht. So. Wie gesagt, das muss nicht alles auf einer Linie sein, zu 100%. Aber es macht schon Sinn, das sehr genau zu nehmen. Und hier sehen wir auch wieder, der Höhepunkt liegt deutlich vor dem, ja, vor dieser Spur, ja. Das höchste Tal. Hier auch. Wobei, hier haben wir gar nicht so einen richtigen Ausschlag. Hier auch. Also, da sieht man, da müssen wir wieder auch ein längeres Stück sozusagen unter die Lupe nehmen. Hier hört es dann erstmal auf. Aber den Rest müssen wir wirklich einen Tick nach vorne ziehen. Ja, und dann gucken wir uns das alles mal an hier. Das sieht sehr gut aus an der Stelle. Ja, hier könnte man vielleicht nochmal wirklich das Ganze ein bisschen weiter nach vorne ziehen, aber auch nur diesen kleinen Teil. Ich würde das bis hier hin nehmen, ja, dass wir das so haben. Okay, wenn wir mal reingucken. Meine Gedanken. Am Anfang. Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Pei. Ja, das klingt doch schon deutlich besser. Definitiv. So, dann sind wir hier. Dann gehen wir weiter. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Definitiv. Hier kommt es wieder einen Tick zu spät rein. Da müsste man wieder einen Cut setzen, quasi. Und dann, ja, das kann man auch noch mitnehmen bis dahin. Das hier sieht wieder ganz gut aus. Hier müsste man das ein bisschen vorziehen. An der Stelle. Ja, und dann hören wir uns das mal an. Also, so sieht das erstmal dann aus wie eine Einheit. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur... Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Pei geschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht mein... Meine... Ja. Und dann haben wir hier jetzt alle zusammen. Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Pei geschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht mein... Und schon klingt das alles wie eine Einheit. Beziehungsweise irgendwie wie eine Stimme. Zumindest vom Timing her. Klar, hört man, dass es verschiedene Aufnahmen sind. Mehrere Aufnahmen. Aber wenn man die jetzt auf links und rechts pennt. Meine Gedanken überschlagen sich. Mein Kopf ist aus dem Pei geschlafen. Hab ich schon seit Tagen nicht mein... Könnte man eventuell noch paar kleine Feinheiten rausholen. Aber ich denke, das Grundprinzip an sich ist klar. Das muss man natürlich jetzt für den ganzen Song machen. Also, das ist wirklich ein Batzen Arbeit. Aber das lohnt sich im Endeffekt. Ja, weil wenn ihr diese Basis schon mal richtig habt. Dann habt ihr das komplette Konzept verstanden. Oder habt ihr es deutlich einfacher zu mischen am Ende. Denn diese Timingfehler könnt ihr auch im Mix selbst. Durch irgendwelche Effekte nicht unbedingt korrigieren. Das wird immer ein bisschen komisch klingen. Obwohl ihr vielleicht gut gemischt habt. Deswegen, das ist wirklich der Ausgangspunkt. Ich werde auch in der kommenden Woche. Euch zeigen, wie das viel viel einfacher geht. Und viel viel schneller. Ohne, dass ihr diese ganzen Cuts setzen müsst. Also, falls ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert, denn da zeige ich euch das. Wie das wirklich mit einem Mausklick geht. Sozusagen. Das wird sehr sehr interessant. Und ansonsten. Ja, wie gesagt. Würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und wenn ihr meine 5 besten Mixing-Tipps haben wollt. Könnt ihr die einmal runterladen. Die verlinke ich einmal oben in dem Video. Und einmal unten in der Beschreibung. Dort gelangt ihr auf meine Website. Wo ihr eure E-Mail-Adresse eintragen müsst. Und sobald ihr das getan habt. Schicke ich euch das E-Book zu. Und darüber hinaus. Bekommt ihr jede Woche einen weiteren Mixing-Tipp obendrauf. Falls euch das irgendwann nicht mehr interessieren sollte. Oder ihr nichts lernt. Könnt ihr euch auch jederzeit wieder aus diesem Newsletter-Verteiler aus- oder abmelden. Wie gesagt. Deswegen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Das ist Philipp von abmischenlern.de. Ciao.